Mojito, Salsa, Oldtimer und Zigarren. Es gibt viele Klischees über Kuba. Doch welche Vorurteile stimmen wirklich und was muss man als Tourist beachten? Viele Touristen, die kommen, wissen ja gar nicht, dass es bei Währung geht. Reporter Kai Böcking reist in ein Land im Umbruch und voller Widersprüche. Abenteuer Leben auf der Suche nach dem echten Kuba. Abenteuer Leben am Sonntag um 22.40 Uhr bei Kabel 1.